Wir müssen mal ganz kurz speichern. So, plündern wir sie mal. Ne, mal ein paar Sachen hier drin. Wir sind überladen. Äh, das Späauge macht mir Angst, dass uns das beobachtet. Was ist denn das? Spinnenlyra. Das ist ein Musikinstrument. Das müssen wir behalten. Wir können doch jetzt Musik. Spielen. Hier ist Kleidung. Stiefel wieder. Weiterentwickelter Sprung. Reichweite ist höher. Aber es haben schon alle von uns Stiefel. Die kann ich Geld geben, wenn wir wieder ins Lager kommen. Ich will irgendwas anderes noch hier machen. Was ist das? Ein Streitkolben. Unwichtig. Ja, wir werden einfach mal die Sachen rüber verlagern. Es gibt uns viel Geld, wenn wir es verkaufen. Warum macht... Läuft wohl rum wie so ein Irrer. Sind wir überladen? Können wir das tragen? Wir scheinen anscheinend noch überladen zu sein. Wir haben genug Gold, falls jemand stirbt, dass wir ihn wiederbeleben können. Das ist gut so. Jetzt sollten wir nicht mehr überladen sein. Nein. So. Wir sind so gut, wie wir Stiefel plündern können. Von den Leuten hier. Also wortwörtlich, da ist eine Leiche und wir reißen die Stiefel von deren kalten, toten Füßen. Nur um sie dann selber zu tragen, eventuell. Was ist das? Fokussierter Schritt. Wenn du einen Zauber wirkst, der Konzentration erfordert, erhältst du einen zu einem Stück lang Wucht. Uh, das sind perfekte Stiefel für uns. Was macht das noch? Wenn du liegen... Moment. Während du dich konzentriert, kannst du nicht ungestoßen werden. Uh, wir kriegen athletisch dazu. Umgang mit mittlerer Rüstung. Ungeübt. Oh, das ist mittlerer Rüstung. Das können wir nicht tragen. Das ist blöd. Wer hat denn mittlere Rüstung? Will vielleicht? Aber er hat ja schon welche. Er ist damit aber auch ungeübt anscheinend. Wir behalten es mal erstmal bei ihm und gucken. Ich weiß nicht, wer von den Leuten die Rüstung hat dafür. So, jetzt aber bitte. Bitte, 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 bitte. Ich will nochmal speichern. Unser ganzes Team leidet so hart gerade. Ich möchte jetzt bitte zu Heil sind und bitte sag mir, dass du jetzt zufrieden bist. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß nicht, wen ich sonst noch umbringen soll. Und langsam kann ich echt nicht mehr. Das waren mir viel zu viele Tode hier. Und ich möchte einen Rast machen und dann erst in diese komische Krypta da gehen. Oder was, was das immer ist, wo wir da runterkommen. Müssen wir mit ihr weitergehen. Was ist die denn da noch? Achso, die Liebe haben wir noch. So, Heil sind. Jetzt haben wir doch genug getan, oder? Ich würde auch kurze Rast benutzen. Sind wir überlagert noch? Ich glaube, wir sind noch überlagert. Ja, ich würde auch kurze Rast noch benutzen. Aber... Die Sache ist die... Äh, das wäre auch Verschwendung und einfach nur Zeitverschwendung. Weil, wenn... Jetzt hätte ich es ja mit seinem Quest, können wir ins Lager gehen. Komm schon. Was, aber sie sind doch tot. Sie sind doch tot. Ah, da. Alle Anführer sind tot. Ja. Ja. Das war sehr anstrengend. Oh, danke. Endlich werden wir mal bedankt und nicht irgendeine Götter. Ja. Hier hat man Teil getan. Gehen wir in mein Lager? Ah, wir müssen zum Heim? Okay. Er hat sich aufgelöst, ne Ratte. Aber das heißt, wir können ins Lager gehen. Und danach können wir in diese komische Kript da gehen. Gott sei Dank, ich speichere nochmal. Speichern, bitte. Ich hoffe aber, wenn er zum Heim geht, haben wir trotzdem kein Problem. Gott, ich habe solche Angst, dass wir denn ein Problem haben. Bitte nicht. Wenn ja, dann ist das echt ärgerlich. Weil der Heim ist ja zu. Und das wegen uns. Vielleicht können wir ihn ja doch nicht holen. Ich dachte nicht, dass er trotzdem zum Heim zurück geht. Oh Gott, was willst du denn jetzt auf einmal? Weißt du was? Ja. Ich rede als erstes mit dir. Ich ist okay. Was willst du? Ja? Ich habe ein Gespräch mit dir begonnen. Da ist der Wauwau. Wir brauchen ein bisschen lange, um ein Gespräch mit uns anzufangen. Der ist nicht so gesprächig. Dem ist ein bisschen... Ich weiß nicht, der ist ein bisschen... verwundert. Der weiß nie, was er sagen soll. Aber jetzt. Hallöchen. Hallöchen. Ja. Oh, das ist das... Nee, nee. Das ist das Gespräch, was wir letztens mit ihm hatten. Wir waren ja gar nicht im Lager. Stimmt. Wir haben ja gar nicht mit ihm gesprochen. Dann können wir das überspringen. Ja. Wir können das überspringen. Ja, ich habe ihn so gut getötet. Ich habe ein Gedanke... Bla, bla, bla. Hier ist das mit dem Parasiten. Ja. Ihr könnt selbst gucken. Jetzt haben wir das mit uns auch gemacht. Ist das okay? Ich will es loswerden. So, was ist das? Volksheld. Ja, ja. Wir haben was bekommen. Wir haben eine Rüstung bekommen. Von ihm? Haben wir das letzte Mal auch bekommen? Auf jeden Fall können wir sie benutzen. Die ist besser als das, was wir haben. Oh, wir sind... Wir sehen edel aus. Interessant. Sehr interessant. Endlich mal anderes Outfit. Sind wir noch überladen, anscheinend? Das Instrument will ich behalten. Ich hoffe, wir überlade unsere Freunde hier nicht, deswegen. Ich habe immer noch kein Lager gefunden mit einem Shop übrigens. Langsam wird es kritisch. Wir haben hier doch irgendwo eine Kiste. Ich tue da gleich mal ein paar Sachen rein. Wir reden mal ganz kurz mit allen. Oh, ein bisschen vielleicht. Ich fühle mich ein bisschen geehrt. Ja, das stimmt. Ihr habt eine eigenartige Vorstellung von den Hofmachen. Ja, ich würde mich ja geschmeichelt fühlen. Vielleicht? Anstatt den Hof zu machen? Das Mal mit dem Teufel hat einen schalen Nachgeschmack. Es war ein Kambion, nicht... Dann ist er halbmenschlich. Moment. Reden wir nicht über diesen fetten Teufel? Also, nicht der fette Teufel. Ich meine, voll fetter Teufel. Also, dass er komplett Teufel ist. Ich weiß nicht, warum ich dieses Wort verwendet habe dafür. Macht absolut keinen Sinn. Eine komische Vorstellung für Hofmacher. Ach ja? Ach ja? Ich höre nichts mit Vermutungen. Was könnte dieser Teufel so dringend wollen? Das klingt ziemlich normal als Deal. Er meint also doch, die sind Raphael. Aber es ist trotzdem nie gut, einen Deal mit dem Teufel einzugehen. Wie wollt ihr einen Teufel bei seinem eigenen Spiel schlagen? Das ist wahr. Er will den Lafizer haben, oder was? Das ist ein guter Zeichen. Ich meine, wir können ja warten, was er zu sagen hat, aber ich weiß nicht, ob das so gut sein wird. Können wir noch weiter mit ihm sprechen, oder war das alles? Braucht er wieder ein Artefakt? Ah nein, das ist das gleiche. Er braucht das nicht. Ja, ist okay. Ich wollte nur fragen aus Sicherheit, nicht, dass du auf einmal auswasstest. Mein Gott! Wie sieht er denn aus? Man sieht richtig, dass er ein absolutes Opfer ist. Also gewesen ist. Oh mein Gott. Das sieht fürchterlich aus. Es tut mir leid. Das ist wahr, aber wir sollten trotzdem kein Deal mit ihm eingehen. Wir kümmern uns erst darum, wenn es nötig ist. Er liegt falsch. Wir haben noch Möglichkeiten. Wenn ihr eure Seele verkaufen wollt, nur zu. Nein, er liegt falsch. Ja, wir kriegen das noch hin. Anscheinend tut er das. Was ist denn fürchterlich? Was ist denn fürchterlich? Wir sind nicht sein Spielzeug, das beweisen wir ihm. Was schlagt ihr also vor? Ihr könnt ihn vielleicht nicht überlisten, aber ich... Nein, wir sind nicht der Spielzeug, wir beweisen ihm das. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Wir werden das schon rausfinden. Keine Sorge. Und dieses Mal... Ohne viel... Sprechen wir mal mit ihm. Oh, eigentlich wollte ich das... Ich wollte nur gucken, was ich dich fragen könnte, aber ja, gerne. Ihr müsst nicht sagen, wenn ihr das nicht wollt. Tut mir leid. Ich würde... Oh, das klingt aber... Sehr gefährlich. Oh nein. Ihr wird also ein Sklave. Ihr wurdet ihr verwandelt, hat euch angegriffen. Peinlich, aber was hat ihr getan? Ihr wird also sein Sklave? Das macht es überhaupt nicht besser. Oh nein. Das muss fürchterlich gewesen sein. Das klingt schrecklich. Das klingt schrecklich. Das werde ich auf jeden Fall. Ich passe auf euch auf. Keine Sorge. Ihr beschützt mich. Ich beschütze euch. Das klingt nett. Oh nein, mein Freund. Wenn Vampire hinter uns her seid, seid ihr auf euch selbst gestellt. Was? Nein. Er hat uns gerade versagt, wir waren Sklave. Nummer drei wäre fürchterlich als Antwort. Wir beschützen uns gegenseitig. Eigentlich würde ich gerne noch normal sprechen. Was haltet ihr denn von seinem Angebot? Nein, das ist nicht gut. Keiner von den beiden soll es haben. Niemand von den beiden. Wir haben andere Optionen. Bessere Optionen. Ja. Ihr tauscht einen Meister gegen den anderen ein. Sklave bleibt ihr in beiden Fällen. Ja, das ist nicht gut. Wir haben bessere Optionen. Warum nicht? Hey, das können wir tun. Ich habe nichts dagegen. Können wir ihm noch sagen, dass er von uns Blut trinken darf heute Nacht? Was kann ich für dich tun, mein Freund? Er hat uns mein Freund genannt. Wir sind einen Schritt weiter gekommen. Okay, never mind. Dann halt halt kein Trinken. Obwohl, vielleicht können wir heute Abend noch mit ihm sprechen. Wir haben den Tag ja noch nicht beendet an sich. Ich versuche ja immer zu sehen, ob wir überall zu jeder Zeit reden können. So optionsmäßig. Das leuchtet geil eigentlich durch. Aber eigentlich, weil er nicht in unserer Gruppe ist. Ja, das war sehr unerwartet. Das ist die Einstellung. Wir kriegen das hin. Nee, ich will das nicht annehmen. Weisheit, eure Verbindungen nutzen, um ihre Gedanken zu lesen. Nein, ich möchte nicht die Gedanken lesen. Hilfe ist Hilfe, egal von wem. Nein, das ist nicht wahr. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und er ist ein Teufel, wir können ihm nicht trauen. Ja. Punkt. Anscheinend klingt er auch sehr verzweifelt, wenn er überlegen will, was wir haben. Dennoch, das wäre nicht gut, unsere Seele dafür zu verkaufen. Im Prinzip bleibt uns doch nichts, außer die Seele an diese Larve zu vergeben im Prinzip oder sie zu verkaufen an Teufel. Also nein. Ich habe es mir anders überlegt. Nein, ich muss zugeben. Aber ich bin auf einmal nicht mehr so sicher. Ich glaube dabei, wir können ihm nicht trauen. Genug über mich geredet. Was haltet ihr denn für das Beste? Okay, das ist fair. Ich sage nicht, dass wir ihm trauen. Oh, sehr gut. Wir sind uns immerhin einig. Ganz genau. Da macht man sich selber fertig und stimmt zu. Im Moment bin ich froh, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und wer sind Shars Feinde? Wer hält diese Behandlung? Ihr scheint euch ja sehr gut mit geistiger und emotionaler Folter auszukennen. Oh, das klingt sehr beanschuldigend. Ich glaube, da liegt ein wenig Bewunderung in eurer Stürme. Nein. Wer sind denn die Feinde? Das werden wir. Offenbar beschützt um uns das Artefakt irgendwie. Habt ihr das noch? Nein, warum sollten wir das fragen? Ich will über alles reden, was uns widerfahren ist. Ich werde das Gefühl nicht los... Oh, das ist Beziehung? Nein. Äh, wir können über alles reden. Wie bewähre ich mich? Okay, ein Kompliment? Oh. Oh, danke schön. Aber du bist auch super. Was ist nützlich, dass ich es jetzt so gerne mag? Am Anfang dachte ich echt, ich werde sie hassen. Was haltet ihr davon, was aus den Ruinen heim geworden ist? Gut, dass wir das zweimal fragen können. Das ist wahr. Wir können ihn immer noch nicht feiern. Ich... Ich werde mal gehen. Gut, dann beenden wir mal den Tag und gucken, ob wir gleich noch sprechen können mit jemandem. Einmal Tag beenden. Ja. Bitte. Ich weiß, wir müssen noch zum Hain. Und es wird auch nicht zu spät sein. Es sollte klappen. Huch. Oh. Ich dachte, wir müssen zum Hain, um ihn zu suchen. Du feierst? Oh je, wir kriegen ja tatsächlich als Gruppenmittel. Ja, bitte. Ja, wir müssen vorsichtig damit umgehen. Das wissen wir ja schon. Ihr habt versprochen, mir mit meiner Infektion zu helfen. Die Magie ist nicht typisch. Woher wisst ihr das alles? Ach, was hatten wir ihn schon gefragt? Ich meine ja. Ja, das haben wir ihn schon gefragt. Ihr könnt uns also nicht helfen. Das hatten wir alle schon mit ihnen besprochen gehabt. Oh. Ja, genau. Das hatten wir schon besprochen gehabt. Was ist so gefährlich daran? Ich hatte mehr von euch erwartet. Nein. Das ist alles. Nein, nein, nein. Ähm, was ist denn diese Türme? Das haben wir auch schon besprochen gehabt. Warum seid ihr so sicher? Gut, wir werden da sowieso hingehen. Also, dann gibt es keine Zeit zu verlieren. Obwohl, was ist daran so gefährlich? Wir müssen uns echt extrem vorbereiten darauf. Ich glaube, wir sollten ein bisschen warten, bevor wir da hingehen. Und noch gucken, was wir noch für Missionen machen können, bevor wir da hingehen. Wir kriegen das schon hin. Wir haben schon Schlimmeres hinbekommen. Was schlagt ihr denn vor? Wie hat der hier eine Idee? Wie hilft? Die Berge klingen gut. Wir haben doch noch den Bergpfad, den wir noch nicht benutzt haben. Hier und hier. Oh Gott, ja. Da müssen wir auf jeden Fall versuchen, das zu finden. Wie finde ich diesen Weg? Ich will mich nicht im Unterreich verlaufen. Unterreich klingt aber auch sehr gefährlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde. Aber das Unterreich scheint die sichere Route zu sein. Ich weiß ja nicht, wie schlimm dieser Schattenfluch ist. Natürlich! Ich habe all diese schlimmen Sachen gemacht, um dich aufzunehmen. Das war anstrengend. Ja, bitte. Du kannst gerne mitkommen. Wie finde ich den Weg durch das Unterreich? Gute Frage. Ja. Find the hidden entrance. It's somewhere in the temple of Saluna. Ja, okay. Und der Hain? Ah, ja. Ich bin froh. Sonst würde er erfahren, dass es vielleicht nicht so gut für ihn wäre, uns zu helfen. Immerhin haben wir seinen Hain geschlossen. Warum wollt ihr denn dahin? Ich bin froh. Also, the Shadow Curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Kethric Thormund, his Dark Justice years, years ago. But I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the Curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet, if I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this Curse. Same as you may find a cure for your infection. Es wäre schön, wenn wir beide unser Ziel dann finden würden. Das können wir machen. Du kannst gerne hierbleiben, sowieso. So oder so. Seid ihr deshalb mit Aradin gegangen? Ihr dachtet, er würde vielleicht diesen Weg nach Mondaufgang finden? Naja, jetzt hast du ja uns. Mit uns kannst du bestimmt was machen. Also, um zu uns was erreichen. Dann brechen wir auf. Ja. Wir gehen aber nicht direkt, oder? Ich würde gerne schon noch im Lager jetzt sein.